Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen CSGO Special. Ja, ich wollte heute mein kleines Case Opening machen. Zehn Schlüssel habe ich schon gekauft, bis jetzt dann hatte ich allerdings noch nicht so wirklich Glück, muss ich sagen. Ich habe einmal vielleicht ein Skin von 7 Euro Glock Skin gezogen, ansonsten immer nur Blue Skins. Jedes Mal sage ich mir auch immer wieder, nein du machst keine Kisten mehr auf, es ist Geldrausschmeißerei, aber heute mache ich mal ein kleines Video dazu. Ja, wir schauen auch direkt mal rein, vielleicht haben wir ein bisschen Glück heute. So, ich habe auch an den Schlüsseln ja alles kreuz und quer gekauft, wie ihr hier seht, mal ein bisschen von jedem was, weil ich habe immer noch so viele Kisten, die ich noch nicht geöffnet habe. Da wollte ich mal reinschauen. Wir fangen einfach mal an mit der, ja, Chroma 2 Kiste. Nicole der Wahl! Wir nehmen die goldene Mitte und los geht's! Leider auch wieder nur ein Blue Skin und sogar ziemlich beschissen, also wie es hier aussieht, total abgepratzt. Das wird auf jeden Fall nicht FN oder Minimalware sein, nichts Tolles. So, dann schauen wir uns mal die zweite Kiste an, Gamma. Nehmen wir mal ganz rechts außen und weiter geht's. Auch wieder nur ein Blue Skin, aber die sieht nicht ganz so kaputt aus. Was haben wir denn hier? Doch, ist aber auch Zustand abgenutzt, also ist auch nichts wirklich Tolles gewesen. So, weiter geht's. Machen wir mal ein bisschen was durch. No, no, nehmen wir mal eine Handschuhkiste jetzt. Auf Handschuhe bin ich allerdings nicht so scharf, die würde ich denke ich mal verkaufen. Immerhin ein Lila-Naskin. Die sehen ganz okay aus, aber ich denke mal meine werde ich behalten, die ich bis jetzt habe. Guck mal ganz kurz, wie habe ich denn gerade ausgerüstet zurzeit? Hat die hier? Die finde ich schon ein bisschen schicker. Was haben wir denn hier für einen Zustand einsatzeprobt? So, dann nehmen wir jetzt mal Spectrum. Die habe ich leider schon zweimal. Zustand. Auch nichts Tolles, so wie es hier aussieht. Ja, ist jetzt die dritte hier, von die ich habe. Sehr schön. Also ich halte ja nichts von Trading und Gambling, aber wenn man so viele Schrottskins hat, es gibt ja einige Trade-Seiten, die die annehmen. Da kann man mal ein bisschen was raushauen und vielleicht ein bisschen was aufwerten. Also wenn man jetzt ein paar Waffen hier für Steam verkauft, bringt es ja auch nicht wirklich was. So, Hydra. Hier finde ich eigentlich sind die nicesten Skin dabei. Also hiergegen habe ich nichts, hiergegen habe ich auch nichts. Gegen Girs recht nicht. Also die drei sind auf jeden Fall richtig nice, finde ich. Ja, der Rest geht so. Der ist nicht ganz so dolle. Und dann machen wir sie mal auf. Eine USPS Blueprint. Auch nur ein Blue Skin. Und natürlich auch hier abgewatzt auf zwei. Also die wird auch nichts Tolles sein. Ich schaue mal ganz kurz, was für Zustand. Einsatz erprobt. Wenn ich schon nur Blue Skins ziehe, dann hätte ich gerne mal zumindest eine NFN, eine richtig nice. So. Machen wir nochmal eine Gamma-Kiste auf. Lila Naskin. Aber die finde ich potthässlich, muss ich sagen. Die gefällt mir überhaupt gar nicht. Ach, die sieht aus wie, ich weiß nicht. Also überhaupt gar nicht schön. So. Vier Schlüssel haben wir noch. Die habe ich leider auch schon. Okay, ich hätte die Wahl gehabt zwischen der, der oder der. Sehr schön. Die habe ich glaube ich sogar auch ausgerüstet. Die finde ich jetzt nicht ganz so hässlich. Allerdings ist der Zustand da glaube ich auch nicht so dolle. Das ist die, die ich ausgerüstet habe. Die ist einsatzeprobt. Und die ist einsatzeprobt. Okay, tut sich nichts. So, die letzten drei noch. Komm mal, ein bisschen was Pinkes oder Rotes wäre nice. Also die wären ja echt hier schön. Also der Bereich hier wäre schön. Zumindest mal dunkle Lila. Das zweite dunkle Lila in der Skin. Aber auch natürlich hier. Also kaputter geht es nicht. Ich weiß nicht. Das ist auch kein schöner Zustand der Waffe. Was haben wir denn hier? Einsatzeprobt. Naja, die letzten beiden Schlüssel. Hier habe ich noch jede Menge Kisten von, wie ihr seht. Und auch hier wieder ein Blu-Skin. Ne, die finde ich auch eigentlich gar nicht schön. Die ist so nichtssagend. Ein bisschen Silber drauf geklatscht. Und dann mal ein Skin draus gemacht. Ich weiß nicht. Und der letzte Schlüssel. Komm, bring uns Glück. Die wäre richtig nice. Also die finde ich richtig schön, muss ich sagen. Die habe ich schon. Die habe ich ja auch schon. Dreimal jetzt. Ja, auf geht's. Leider auch kein Glück. Schade. Aber die sieht nicht ganz so, obwohl doch hier ist auch kaputt. Ich wollte gerade sagen, die sieht nicht ganz so kaputt aus. Aber es ist glaube ich auch kein FN-Skin. Ich schaue mal ganz kurz. Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. Ja gut, minimale Gebrauchsspuren immerhin. Was hat die denn auch minimale Gebrauchsspuren? Ja, leider hatte ich kein Glück bei diesem Case Opening. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020